Weil ich gerade dabei ganz gut in Schwung gekommen bin möchte ich jetzt die Schotterung von diesem Stück von Gleis 2 zu Ende kriegen oder weiterführen. Pinsel, Schotter, Leim, Brülle, Löffel und schon geht es los. Und jetzt geht es los. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da ziehe ich jetzt einfach nochmal weiter dran entlang. So, da ziehe ich jetzt einfach nochmal weiter dran. So, da ziehe ich jetzt einfach nochmal weiter. So, da ziehe ich jetzt einfach nochmal weiter. Und wo ich jetzt so weit bin, fange ich mal lieber an außen aufzuwerfen, damit ich dieses Mal auch was geleimt kriege. So, da ziehe ich jetzt einfach mal wieder. 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 Und jetzt hier von der Vorderseite. 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 Und wenn ich so gut voran komme, kann ich vielleicht sogar noch ein Stück weiter machen. Und jetzt hier von der Vorderseite. Das bringt mich zumindest noch ein paar Schwellen Zwischenräume weiter. Und hier von der Vorderseite. Und da sage ich an dieser Stelle mal zu Mist. Okay. 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 Okay.